Wir haben jetzt Nico Hoffmann gerade gehört, in dieser beeindruckenden persönlichen Situation auch gerade, wie offen er in der Familie es geschafft hat, das aufzuarbeiten. Und erleben dann in anderen Fall gerade Matthias Schweighöfer, der diese prominente Rolle des SS-Schlechters Klaus Barbie gerade spielt und uns gegenüber zumindest sich verwehrt hat im Moment, an die persönliche eigene Geschichte ranzugehen. Warum, sagst du, ist das so wichtig, diese persönliche Biografie aufzuarbeiten? Ja, ich glaube, Matthias Schweighöfer macht da gerade einen Fehler. Es ist, glaube ich, falsch, sich dazu öffentlich nicht zu äußern, weil es geschichtsvergessen wirkt, obwohl er ja gleichzeitig jetzt sozusagen mit einem Film einen schrecklichen Teil der Geschichte beleuchtet. Ich weiß auch gar nicht genau, ob er sich nicht wirklich schon damit beschäftigt hat und nur nicht öffentlich darüber reden will. Ich traue ihm wirklich so viel Intellektualität zu und so viel Menschlichkeit, dass er das getan hat. Trotzdem wäre es eine riesige Chance, jetzt darüber zu sprechen, um genau diesen Diskurs zu führen, den Nico Hoffmann geführt hat im Zuge seines Filmes und auch heute weitergeführt hat. Das ist, glaube ich, sogar Bürgerpflicht. Ich glaube, es ist eine Bürgerpflicht für jeden Deutschen, sich auch mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen und sie zu verstehen und daraus für sich Konsequenzen zu ziehen. Es kann ja sogar sein, dass eine Konsequenz des Matthias Schweighöfer aus der Geschichte seines Vaters ist, dass er jetzt in einem solchen Film eine solche Rolle spielt, um die Zeit nochmal zum Leben zu erwecken, in der diese schrecklichen Taten passiert sind und diese schrecklichen Geschehnisse zur Geschichte wurden. Und das alles mit den Deutschen, mit den Zuschauern. Heute hätte er eine riesige Chance in Amerika, er ist heute zu Gast bei Jimmy Fallon, der berühmtesten amerikanischen Talkshow. Mit den Menschen diese eigene Aufarbeitung zu teilen, hätte, glaube ich, mindestens so eine Chance, bedeutsam zu werden, wie das bei Nico Hoffmann und seinem Film gewesen ist und auch manchen anderen. Ich klage ihn nicht an, aber ich sage schon deutlich, es ist falsch und man muss von einem Vorbild eigentlich erwarten können, dass auch dieser Bürgerpflicht nachkommt. Vorbild sein heißt nicht nur, den besten Tisch in einem Edelrestaurant zu kriegen, weil man berühmt ist. Berühmt sein und Vorbild sein heißt auch, sich seiner Verantwortung und der eigenen Geschichte zu stellen. Du glaubst, es ist eine vertane Chance. Wir haben Nico Hoffmann gerade gehört, der sagt, man darf sich damit auch privat auseinandersetzen. Jetzt sagst du, aber er ist ja, Matthias Schweighöfer, keine private Person. Er könnte diese Zeit jetzt nutzen, diese Rolle und auch die Vergangenheit seines Großvaters, um andere zu animieren. Ich glaube, das macht auch sozusagen die Kritikführung aus. Wenn er nicht in dieser öffentlichen Situation wäre, dann ist das wahr, was Nico Hoffmann sagt. Da er aber sich in dieser öffentlichen Situation befindet, ist es aus meiner Sicht falsch und eben eine vertane Chance. Und jeder, ihr habt es vorhin auch angedeutet, bei mir ist es sozusagen die Perspektive des Großvaters, der als Wehrmachtssoldat sowohl an der Ostfront als auch an der Westfront zum Einsatz kam. Aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich sagen, als Kanonenfutter, der hat es damals überlebt und hat den Dialog mit mir, als ich ganz klein war, gab es den Dialog nicht. Ich meine, das ist ein Mann, den habe ich geliebt und ich weiß, wie schwer das war überhaupt dann, als ich in der Schule und im Gespräch mit meinen Eltern über die Zeit erste Informationen bekommen habe, immer mitlaufen zu haben. Da war Opa ja beteiligt. Welche Rolle hatte er und wie schwer es war, in dieses Gespräch zu kommen. Und ich gebe auch zu, dass ich manchmal mit ihm auf dem Sofa saß und dachte, jetzt müsste ich es eigentlich ansprechen, aber ich konnte nicht, weil da saß ja mein Opa. Und er selber wollte sozusagen darüber auch nicht sprechen. Und dann, was wahrscheinlich auch viele erlebt haben, was ja fast schon sprichwörtlich ist, Opa erzählt vom Krieg, immer Weihnachten, nach zwei, drei Gläsern Wein, erzählt er die immer gleichen Geschichten, schreckliche Geschichten. Die Geschichten, wie er da stand und rechts und links seine beiden besten Freunde gefallen sind. Und er sich immer mit der Frage konfrontiert hat, warum die beiden und nicht ich, wie er da stand und im Lichtkegel einer Leuchtkugel plötzlich, er meinte immer 10, 15 Meter von ihm entfernt russische Soldaten waren. Und dann hörte er aber auf zu erzählen und er erzählte weiter und nur indem er sagte, und dann war es wieder dunkel und alles war ruhig. Es ist ja klar, was passiert ist, er hat die erschossen. Es ist ja klar, was da ist. Und er hat diese Auseinandersetzung aber nie sozusagen von sich aus betrieben und er war dann verschlossen sozusagen, er hat es irgendwie in seinem Herz oder sonst wo versiegelt. Du hast also dieses Gefühl, das müssen wir aufarbeiten, auch in der eigenen Familie. Und ich habe auch zwei klare Konsequenzen für mich daraus, zwei Lehren. Die eine Lehre lautet, dass ich sozusagen immer dafür sorgen will, achtsam zu sein, dass sowas nie mehr geschieht. Und der Mechanismus, aus dem heraus mein Großvater in die Situation kam, und ich sehe es ein bisschen anders als Nico Hoffmann, na klar war der ein Täter in einer Armee, aber hätte er desertieren sollen, hat er auch immer beschrieben, wie die Deserteure erschossen worden sind. Vielleicht hat er das erfunden und nie selber gesehen, um sich selber sozusagen reinzuwaschen. Ich konnte ja nicht anders. Aber ich habe zwei Sachen mitgenommen in meinem Leben. Das eine ist nie wieder, klar. Und das andere ist aber auch die Frage, wie hätte ich mich damals verhalten, mit einem nötigen, respektvollen Abstand näher zu treten. Weil ich glaube, wer heute sich anmaßt, zu sagen, genau zu wissen, wie er sich damals verhalten hätte, ist entweder anmaßend oder ein furchtbarer Klugscheißer. Eine Diskussion, die ich zum Beispiel auch gerne mit Matthias Schweighöfer hier in diesem Studio geführt hätte. Er hat jetzt die Chance. Er könnte es jetzt tun. Er könnte es jetzt tun. Und das wäre ehrlich gesagt die verdienstvollste PR-Arbeit für einen Film, die man machen kann. Er ist jetzt ein Film, die ich zum Beispiel auch gerne mit einem Film, die ich zum Beispiel auch gerne mit einem Film, die ich zum Beispiel auch gerne mit einem Film oder 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 Film Vielen Dank.